Der Medienvielfaltsmonitor misst Meinungsmacht. Medien leisten einen wichtigen Beitrag zu unserer Meinungsbildung. Wir alle informieren uns tagtäglich im Fernsehen oder Radio, über das Internet und in Zeitungen und Zeitschriften. Doch wie viel Einfluss haben einzelne Rundfunk-, Print- oder Internetangebote auf die Meinungsbildung? Und vor allem, wer steht eigentlich hinter diesen zahlreichen Medieninhalten? Konzentriert sich Meinungsmacht auf einige wenige Konzerne oder sehen wir eine Vielfalt der Anbieter? Das untersucht der Medienvielfaltsmonitor der Landesmedienanstalten, der alle Mediengattungen berücksichtigt, die zur Meinungsbildung beitragen. Die Berechnung des Medienvielfaltsmonitors erfolgt in vier Schritten. Zuerst werden die Reichweiten bzw. Marktanteile der Medienangebote in den Meinungsmärkten TV, Radio, Print und Internet ermittelt. Dabei greift der Medienvielfaltsmonitor auf allgemein anerkannte Reichweitenerhebungen zurück. In einem zweiten Schritt werden die Marktanteile eines Medienangebots demjenigen Konzern zugeordnet, der Anteile daran besitzt. Dafür pflegen die Medienanstalten eine Datenbank mit Inhaber- und Beteiligungsverhältnissen der Printmedien, Radio- und Fernsehsender sowie der Onlineangebote. Ein Beispiel. Die Axel Springer SE ist beteiligt an Medienangeboten aus allen Gattungen. Den höchsten Anteil hat Springer am Tageszeitungsmarkt. Um den Einfluss auf den Gesamtmeinungsmarkt zu beziffern, muss berücksichtigt werden, welche Relevanz die jeweilige Mediengattung für die Meinungsbildung hat. Deshalb wird im dritten Schritt ermittelt, welche Mediengattungen zu Informationszwecken genutzt werden und welche den Nutzern persönlich am wichtigsten sind, um sich zu informieren. Grundlage dafür bildet die halbjährlich veröffentlichte Mediengewichtungsstudie der Medienanstalten. Zu guter Letzt werden die Anteile eines Medienunternehmens am Radio-, TV-, Print- und Internetmarkt mit dem Gewicht der Gattungen multipliziert. So können die Anteile der Medienkonzerne am Meinungsmarkt gattungsübergreifend berechnet werden. Schon seit Jahren gehören ARD, Bertelsmann, ZDF und Springer zu den Top 5, auf die zusammen mehr als 50% Anteil am Meinungsmarkt entfallen. Der Medienvielfaltsmonitor wird regelmäßig aktualisiert. Er ist jederzeit als interaktives Schaubild online abrufbar unter medienvielfaltsmonitor.de. Einmal im Jahr werden seine Ergebnisse im Vielfaltsbericht der Medienanstalten vorgestellt und eingeordnet. So schafft der Medienvielfaltsmonitor Transparenz und Vertrauen und bildet ein wichtiges Instrument zur Beobachtung des Medienmarktes in Deutschland. Er zeigt Wege für eine Medienkonzentrationskontrolle auf, die alle Gattungen mit einbezieht.